Meine lieben Freunde, ich fahre heute mit meinen wunderbaren Freunden eine Runde um den schönen, warmen Neusiedlersee. Hier in diesem nidyllischen Land Neusiedl oder Weiden, hier stehen wir gerade bei diesen wunderschönen Tieren, die sich ausruhen in der Wiese, die das gesunde Gras essen, das ihnen die Kraft gibt, die sie brauchen, um diesen Tag zu überstehen. Meine lieben Freunde, ich muss aufhören, ich werde euch weiterberichten, ich setze mich wieder auf mein Fahrrad und werde weiterfahren. Bitte die Strecke zeigen, es ist ein Traum.